so hallo und herzlich willkommen wieder zu der neuen folge von battlefield da 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 hi servus so nach langem hin und her auch mal in heavy metal ja auch wenn der server uns nicht mochte ja etwas skurril aber jo aber ist ja nicht schlimm heavy metal spielen überraschend viele immer weil wir dachten der server könnte nicht mitmachen will nicht mitmachen was auch anfangs so war er ist das heavy metal ist halt eine relativ große offene map weiß deshalb nicht mal dass da viele zockert ja aber ist ja okay so ich bin mal hier in zetom er hatte ich mir auch gerade überlegt ja aber ich glaube in zetom hier oben ist echt low vor allem bei a und b und schon gehören das boiler halt rumrecht mein ja nur als will ich gerade hier voll voll action ninja mäßig mit dem fallschirm abgesprungen wow yo voll geil so ich lauf mal hinter dir ne so dezent ja komm ruhig mit scheitbar so bist du das problem bei der so riesige map da läufst du halt echt viel ja aber schöner als im schnee zu laufen bin ich hier das ja das passt schon jaja geht b wird auch wieder geholt echt jetzt ja hammer also hammer ich lauf hier voll durch die struppe und sehr nix mehr ich stehe relativ offen ja ich lauf hinter dir also von daher stehe ich mit offen ja das ist schon so sehr schön ja 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 aber der hatten wer hat wen und der heli landet hier auf dem dach sehr schön ja der kann ja nicht unbedingt sieht nicht gekonnt aus und ja aber das passt schon dahinter ist einer jetzt aber der packt ja aber der packt voll rum bei mir auf dem dach ja ja ich hab auch bissel weit weg oder das kann doch nicht wirklich einschätzen ja ich auch nicht ich probier es mal so jaja jaja ne hat auch nichts gebracht sind 300 aber wie willst du das jetzt wissen b B sind 280 weg. Ah, der backt voll rum bei mir auf dem Dach. Fuck. Okay, ich probes mal so. Nee, hilfeküll. Scheiße. Okay, den hat irgendjemand anders. Ja. Hauptdach B ist wieder unser. Aber das ist halt echt... echt ne Sniper-Map. Also wirklich. Wenn man nicht grad mit einem Heli rumfliegt... Ja. Also jetzt wirds richtig langweilig. Ja. Jetzt muss man laufen. Ja, ich bin hinter dir. Oh, die gehen den Bergen entlang. Oh ja. Oh, der Ton ist hoffentlich stabil geblieben. Ja, ich denk schon. Hört man hoffentlich. Verständlich. Ich glaub schon. Ich glaub schon. So, der Leer. Ah. In den Bergen kommen sie. Was, wo, 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 was? Rechts in den Bergen. Da, die Richtung etwa. Rechts in den Bergen. Ah, da oben steht einer. Mitte auf dem Berg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab Troffe. Ich hab Troffe. Ich hab Troffe. Ich hab Troffe. Ich fass es net. Sehr schön. 298er Schuss. Ja, sauber. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Menge jubelt. Eigentlich net. Aber trotzdem. Geuler Scheiß. Sieht man alles nur auf meinem Channel. Ich bin voll leise. So angestrengt gerade. Oder was? Ja, doch. Hier rennt einer, der ärgert mich etwas. Jetzt entspann dich halt mal. Ja. Erzähl mal ein bisschen was. Als ich 5 Jahre alt war. Das will kein Schwein wissen. Hab ich mal ein Müsli gegessen. Ja, und? Das war bunt. Toll. Ich glaub das war ein Fruit Loop. Product Placement. Alles klar. Ja. Oh, oh, ah, oh, ah. Der ist glaube ich. Oh, die sind sogar noch rausgesprungen. Wahnsinn. Muss auch ich mal schaffen. Ja. Ja. Ich probier das jetzt hier. Oh, der ist einfach. Okay, der ist tot. Was denn? Sie haben B wieder. Aber bleiben nicht bei B. Ja, ich seh's. Ich bin immer noch voll fasziniert von mir, dass ich den Typ, der einfach nur auf dem Berg stand, was ich ziemlich beängstigend finde. Ja. Einfach nur nichts tun, auf dem Berg zu stehe. Oh, 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 oh. Oh, ja. Oh, sag. Oh, bin weg. Level 50. Ja. 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 Ah, du liegst hier schön. Ja, bleib mal am Leben. Ich spawner bei dir. So, jetzt kannst du verrecke. Danke. Kein Thema. Ich glaub, der kommt jetzt hier hoch, oder? Ich weiß nicht. Würde ich zumindest machen, wenn ich er wäre. Ja, er wird uns jetzt messern. Brutal von hinten. Ah, da kommt er. Mach vor dich. Mach vor dich, alter. Mach vor dich. Mach vor dich. Ich muss grad nachladen. Da unten fährt mein Panzer. Nur mal so 10. Ja. Ich seh's. Oh. Haschen? Also ich mein den Typ. Nein. Okay. Okay. Ja, der Panzer bleibt nicht stehe. Das ist das Problem. Ja. Bleib doch mal stehe. Zahl doch mal an. Ja. Zahl doch mal an. Ja. Er ist voll nervös. Haben. Scheiße. Schande. Schade. Ich sag immer Scheiße. Ach, das ist voll okay. Jetzt suche ich mir erstmal den Panzer, wo der war. Genau. Jetzt. Ah. Meine Maus hängt. Lauf. Ah. Du bist zu A unterwegs. Ja, ja. Logisch. Ich weiß, dass hier irgendwo der Panzer steht. Genau hier steht er, oder? Ich hab dich gesehen. Mit meiner Kamera. Mit meiner Kamera. Da ist er. Kuki, Kuki. Peng, Peng, Peng. Fahrzeug zerstört. Peng, 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 Peng. Jawoll. Juhu. Mhm. Aber jetzt muss ich zu A wieder rennen, damit uns die Flagge wieder kürt, gell? Ja. Oh Gott, das ist so weit. Mhm. Taxi. Taxi. Hahaha. Das wär was. Ja, das wär echt. Das wär echt sehr gediegen. Oder ein Fahrrad, weißt? Wär ich auch schon voll zufrieden damit. Aber nein. Ich bin auf dem Weg zu A. Ah. Oh. Oh, der 50er hat sich gerecht. Ja, du... Bist jetzt tot, oder was? Ja. Oh, scheiße. Was'n das'n? Okay. Der 50er hat sich gerecht. Ja. Ah, der steht glaub ich auf dem Berg oben. Kann das sein jetzt? Ja. 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 Ich seh'n. Sekunde. Ah. Ah, der rennt. Der rennt. Nein, nein, nein. Da wisch ich ihn nicht, wenn er rennt. Ne. Nicht ganz. Ah, der ist in so ner Senke verschwunden. Mhm. Ja, der traut sich auch nicht raus. Ja. So, weiter geht's hier. Was sind das immer für lustige Apparaturen hier? Die kann man gar nicht benutzen. Ja, das wär auch schön. Ja, so ne Drohne jetzt wär eigentlich... Wär, wär, wär schon geschmeidig. Ja. Wär geschmeidig. Ah, der ober auf dem Berg ist er glaub ich wieder. Ah, da hinten im Gebüsch ist ein Sniper. Ja. Ich seh' zwar nix, aber... Scheißegal, hau rein. Einfach mal in den Busch. Ja. Ne? Vielleicht erwischen, ja. Ja, Heli, genau. Sorg mal für Sicht. Ach so, ja, das kenn ich auch. Ah. Ne, B. Da unten rennt er. Ja. Oh, voll verschielt, Alter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Aber der hat jetzt noch nicht gesehen. Ich muss nachladen. Oh, ich muss nachladen. Ja, du auch. Nachmacher, Alter. Ja. Soll der Scheiß. Schön synchron. Ich hab ihn. Echt jetzt? Ja. Ja. Ah, Mann. Ich hab so schön drauf gezielt, weißt. Oh, denn der Coole ist immer noch da. Ja. Aber der kommt gerade raus. Der rennt jetzt wieder hin den Berg hoch. Ja. Aber ich erwischen halt, ne? Das ist das Problem. Ja. Ja. So gut bin ich dann auch nicht mit dem Snipe. Ne. Obwohl das natürlich vorher schon ein Wahnsinns Schuss war. Ja. Ja. Wer den gesehen hat, ne? Einfach mal einen Daumen nach oben geben. Allein für den Schuss. Ja. Ja. Der war legendär. Naja, nicht ganz, aber er war ganz geil. Ja. Also, 295er Schuss, ne? Mhm. Der war schon schön. Da kann man schon mal einen Daumen nach oben dafür geben, würde ich sagen. Ja, doch. Da kann man schon mal einen Daumen nach oben geben, ja. Oder einfach einen Kommentar. Ja, oder einfach ein kurzes, knackiges, geil. Oder, yo. Oder, läuft. Würde ich mich auch drüber freuen. Wie ich mich natürlich auch über jeden anderen Kommentar freue. Und auch natürlich beantwort. So, ich sehe jetzt bei B nix. Ah, doch, dahinter ist irgendwo einer. Aber der ist, der ist, äh, puah. Okay. Äh, ich glaube der ist im Haus. Wir schießen mal so. Nee. Schlecks geworden. Schade. 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 Und da ist wieder. Schade. Zwei Helis. Oh, der gehört uns. Ja. Aber irgendwie, äh. Ah, der Ogo kommt noch mal ein anderer Heli. Aber der ist sehr weit weg. Das bringt glaube ich nichts. Nee. Ich würde ja mal gern so einen Pilot rausschießen, weißt? Ja, das wäre toll. Das wäre über lustig. Das wäre über lustig. Aber der kriegt glaube ich gerade schon dick haue. Der Heli. Ja, da rennt auch wohl noch einer an den Berg hoch. Echt? Ja. Okay. Oh, der Heli geht down. Oh, der, oh, 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 ah, was macht er? Er kann sich nicht entscheiden. Er qualmt schon. B ist wieder eingenommen? Er qualmt schon. B ist wieder eingenommen? Was, B ist wieder eingenommen? Ja. Na okay. Man rechts rennt ein Soldat rum. Aber den kriegt man nicht. Ja, ja, ich sehe ihn. Hm. Ich probier's. Boah, nee, der ist jetzt hin den Berg runtergegangen. Ja. Seh ich nicht mehr. Ah, da kommt er wieder. Boah, boah, boah. Ich probier's nochmal. Nee, nicht erwischt. Mich hat er gesehen. Dich hat er gesehen? Der steht da noch, gell? Ja. Ah. Ich weiß nicht, ich glaube ich bin zu niedrig, oder? Naja, der ist jetzt eh weg, oder? Der ist jetzt weg, so wie es aussieht. Ja, ich hab immer... Aber der wird noch nicht aufgeben. Ich hab immer relativ zu niedrig kalte. Ich glaub, an dem lag's. Schleeecht. Oh, der kommt jetzt einfach Berg außenrum gerannt und macht uns von hinten nieder. Ah, ich glaub da ist die Map zu Ende. Also die Chance ist sehr gering, sagen wir mal. Okay, ich seh jetzt ja auch gerade irgendwie nix. Ah, ist ein bisschen lame. Ich wechsle mal den Berg. Ja, doch. Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Ja, ich lauf mal auf die andere Seite rüber. Ja doch, da bin ich doch mal glatt dabei. Dann äh... Folge mir. Immer. Immer. Cool, cool, cool. So, ich lauf mal hier so bisschen rüber. Hier oben steht grad keiner. Sehr schön. Faszinierend finde ich auch immer die Fallschirmspringer, wenn die aus den Helis abspringen. Ja. Und oben bei den Windmühlen da. Ach, oben drauf campet praktisch. Ja. Ja, aber das muss ich auch erst mal treffen hier. Also... Ja. Respekt an jeden, der das mit dem Fallschirm tatsächlich trifft. Ja. Ja. Vor allem geht dann irgendwann mal die Munition aus da oben. Ja, da muss halt echt einer als Soldat dabei sein. Ja. Der die ganze Zeit moondrober kann. Äh, weil sonst hast du echt vor verkackt. Dezent, ja. Okay, das ist unser Panzer. Äh... Ja, echt, bei C geht's halt voll ab. Ich glaub, da muss man echt noch ein gutes Stück weiter laufen. Ja. Aber wir haben da sonst nichts zu tun. Oh, richtig. Einfach mal so die Pampa... Ja. Ja, doch. Macht Spaß. Ähm, ja. Ähm, ja. Äh, für die Zuschauer, ne. Nur so zur Info. Also unsere Let's Play Reihe. Battlefield. Äh, wird natürlich weiter fortgesetzt. Also... Es werden immer wieder neue Videos auftauchen. Und... Oh, Schlachtfeld zu Ende. Und ähm... Was natürlich auch mal... Äh, schön wäre... Äh, wenn die Community einfach mal... So ein schönes Game gerade... Am Start. Wo man... Äh... Schön zu zweit spielen kann. Wenn's die Technik hergibt... Dann werden wir das natürlich auf jeden Fall auch Let's Play. Klar. Ja. Wir sind echt immer sehr, sehr angetan von... Äh, von... Äh, von... Antworten. Ja, genau. Von Antworten. Von Vorschlägen, meine ich. Entschuldigung. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Und äh, mir guckt, was sich da alles machen lässt. Ne? Bist doch dabei, oder? Ja, klar. Bist bei. Wenn sich was machen lässt. Naja, jetzt... Sooo schlecht ist die Technik jetzt auch nicht. Würde ich mal meinen, oder? Hm. Es geht schon. Ja, das wird... Also Battlefield 4 geht leider nicht. Nein, nein. Das, äh... Ja. Da sagt der Laptop, äh... Fick dich. Ja, ich weiß, ich hab jetzt gerade... Oh, ich bin jetzt auch tot. Guck, das kommt davon, weißt? Mhm. Wenn man auf YouTube solche Worte verwendet, stirbt man einfach. Ja. Ja. Wo bist du? Ich bin noch auf dem Berg oben. Ja, ich... Ich probier grad relativ erfolglos... ...den Panzer zu zerstöre. Ja, dann doch. Der der Halter wird. Ja. 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 Ich komm aber wahrscheinlich hier oben nicht mehr rüber, oder? Ne. Aber... Äh... 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 Der steht hier unten. Warte, 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 warte... Äh... So, jetzt... Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen... Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen... Bleib stehen... Nein, er bleibt nicht stehen! Verflucht! Ja, das ist immer das bei den Panzern. Aber der packt voll rum. Na? Ja. Ist auch mal cool. Ja. Den bei B hab ich jetzt auch. Ich warte vielleicht... Ah, jetzt... Jetzt steigt einer aus. Möchte hier den Panzer reparieren und ich verschiel natürlich voll. Und er ist wieder eingestiegen, jawoll. Und er sucht mich wahrscheinlich. Er ist sehr irritiert. Oh, der nächste Panzer. Er ist sehr irritiert, muss ich zugeben. Na los, Mercer, lad nach. Ja. Bissle fehlt noch. Oh, ich glaub den hast du jetzt erwischt, oder? Ja. Mal drauf schieße, einfach mal so. Sicherheitshalber. Nein, er fährt noch. Verdammt! Komm schon! Tu es! Geh doch! Ja, es geht wieder! Oh, der fährt wieder weg. Oh Gott! Könnt ihr schon mal bitte stehen bleiben, Panzer? Ja! Ja, bleib stehe! Ich glaub den gefallen tut er dir nicht. Bleib stehe! Bleib da halt nicht lang genug stehe! Verflucht! Jetzt fährt er wieder vor. Ja, jetzt steckt einer aus. Okay, jetzt kann ich probieren. Nein, 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 nein! Oh! Flöte! Ja? Ja. Voll, voll net erwischt he. Aua, uua, 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 soldatunde. Na, ich hab grad nen falschen Panzer zerstört, ist auch nicht schlecht. Äh, unter dir rennt fein Level 50 rum, gell, nur so zur Info. Der Soldat? Ja. Ja. Naja, du so als, äh, Schnaiper-Reifler. Ja. Mal kurz wegholen. Hahaha. Spawn mal bei A. Und warte einfach hier auf den Panzer. Hahaha. Taktik. Was wahrscheinlich nix bringen wird aber trotzdem. Nee. Ja, ist mir egal. Vielleicht hab ich ja Glück. Warte, ich probier's mal. Hey, ich hör nämlich hier nen Panzer rumfahre, weißt? Ah. Ja, aber wenn ich Glück hab, ich, ist der Feindliche, wenn ich Pech hab, ist unser Ei genommen. Oh, da kommt ein O2 Lee. Ein O2 Lee. Ein O2 Lee. BAM. Ja. Äh, da kam ein O2 Lee. Ja. Und O2 Lee ist weg. Ja. Hast du den, 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 den Typ eigentlich, der unten rum lief? Ne, aber ein anderer. Der ist weg. Der Typ, der unten rumläuft, ist weg? Ja. Sehr schön. Da kommt ein Panzer. Wo? Mitten auf der Straße. Ganz dahin, da meinst du? Bei B. Ja, ich weiß welchen du meinst. Der fährt aber gerade die ganze Zeit rückwärts, das ist blöd. Ja. Und das ist für den Mörser zu weit. Steht da einer? Aber ich dachte grad. Ich seh schon Dinge, die gar nicht da sind. Oh Gott. Soll ich meine Tablette wieder nehmen? Niemals. Wer ist denn im Bergenland ein Sniper? Was? Bei mir oder was? Ich weiß nicht. Wo befindest du dich? Schräg hinter dir. Okay. Na, ich warte erstmal bis der stehen bleibt, aber... Er versteckt sich im Dickicht. Ah, oh mein Gott. Der buckt auf den Berg rum. Ja. Was? Ich hab den erwischt. Ja. 322. Sauber. Natürlich alles nur auf meinem Channel. Ja. Ja. Okay. Also hallo. Hallo. Ja. Entschuldigung. Bitte. Nice. Sehr, sehr, sehr nice. Hallo. Also wow, wow, wow. Wiewa. Ich hab heute irgendwie äh... Gutes Händchen. Ein, ein, ein tolles Händchen für... krass, krass mäßige Aktionen. Hotter Shit. Hotter Shit. Äh... Das ist Swag. Das ist einfach puro Swag. Der saß bei mir in der Luft. In der Luft? Ja, der saß bei mir in der Luft. Guck dir einfach mal, äh, natürlich. Guck's dir einfach mal auf meinem Kanal an. Ja. Ähm, der saß irgendwie in der Luft. Oh, und ich hab keine Moon mehr. Das sah komisch aus, aber ich hab ihn trotzdem erwischt. Wahnsinn. Ich bin heute echt mal stolz auf mich. Gut. Sehr schön. Ich bin tot und hab meinen Moon. Juhu. Elite Lunker. Du bist was? Der hieß Elite Lunker. Ach so, ich dachte dir. Du hast da irgendwas Neues. Nein. Freigeschaltet oder keine Ahnung was. Irgendeine Medaille, die ich noch nicht kenn. Nee. Nee? Kein Elite Lunker? Nee. Okay. Schade. Da ist doch einer hinter dem Stein. Ja. Da hab ich zumindest gerade einen Xer. Äh. Ist hier irgendwo ein Hubschrauber? Weil es hört sich voll bugmäßig an gerade. Nee, der gibt einfach nur Dauerfeuer. Ja. Okay. 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 Also es bugt nicht. Sehr schön. Oh, dahinter sind ja welche. Ja. Ah. Und ich hab einen Troffer. Oh mein Gott. Sehr schön. Sage mal. Heute hab ich aber echt äh. Kriege langsam Angst vor mir selber. Furchtbar. Ja, warum auch nicht? Ja, ich geb's zu. Ich hab heimlich geübt. Ich hab heimlich geübt. Nächte lang. Äh. Monate. Monate. Oh, okay. Ich hab monatelang Tag und Nacht wirklich nur gezuchtet. Ähm. Im dunklen, im Keller. Mhm. Ja. Und äh. Anders geht es ja auch nicht. Anders geht es ja auch nicht. Als ich dann äh. Praktischer. Ja. Am Limit war. Mhm. Äh. Dachte ich mir okay jetzt. Jetzt hörsch auf und zeigsch deine Skills einfach mal. Die du dir hart erarbeitet hast. Da kommt wieder ein Panzer. Ach, da hockst du ja. Ja. Ach, da bist du. Mhm. Du weißt schon, dass in dem Turm da oben ein Sniper steht, gell? Turm? Ja, ich hab ihn markiert. Er ist tot. Und auf der Straße ist auch ein Sniper, der auf der Stelle rennt. Und irgendwie macht das Spiel. Oh mein Gott, es sieht nach Absturz aus, Leute. Oh mein Gott, es sieht nach Absturz aus. Ja. Äh, doch noch nicht? Okay. Sehr schön. Aber ich seh gerade, wir haben schon äh, fast Überlänge, mein Freund. Unsere Zeit. Ja. Ich hab etwas, äh, etwas die Zeit aus dem Auge verloren. Ein wenig. Ja. Oh, oh, hartes Gefecht. Hartes Gefecht hier. Ich und der Sniper auf der Straße. Ja? Oh mein Gott, ja. Wir, äh, gönnet uns nichts. Jetzt haut er ab. Ah, jetzt kommt ein anderer. Jetzt zwei gegen ein. Jetzt auch ein bisschen unfair, oder? Ja. Ah, ja. Ne. Das war zu viel. Ja, den hab ich aber. Ja? Ja. Ja gut, dann spawn ich jetzt einfach mal kurz bei dir. Und, äh, dann würde ich sagen, sag mal mal zusammen Tschüss, ne? Jo. Wenn ich bei dir bin, äh, bei, also, ja, wird es dann schon ein bisschen arg lang, weil die Rundezahl echt lang ist. Ja, doch. Und, äh, das muss ja nicht sein. Nee. Weil sonst dauert der Upload auf YouTube wieder 80 Tage. Mit meiner unfassbaren, äh, High-Speed DSL-Leitung, die ich nicht hab. Ne? Jo. Von daher. So, ich bin mal neben dir. Vor dir. Über dir. Servus. Hi. Servus. Ja klar mach ich doch. Guck mal hier. Servus. Hi. So. Ich will hier auch gar keinen Luftangriff machen auf dem Panzer da hinten. Nö. Ist das schon okay? Ja, dann ist doch okay. Dann mach ich halt einen auf dich. Das... Da kommt mir klar. Da unten rennt übrigens noch einer. Jetzt lass uns mal die Folge beenden, sonst wird das nie was. Ja. So. Dann würde ich sagen, äh, freue ich mich über jeden einzelne Kommentar. Ja. Äh, freue mich über jeden einzelne Daumen nach oben. Ich bin tot. Ich auch. Oh, wie passend. Auch dafür Daumen nach oben. Und, äh, würde ich sagen, dann sieht man sich in der nächsten Folge, ne? Ja. Lass es euch gut gehen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.